Ja meine Freunde, erstmal wunderschön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum neuen Leuten-Video hier auf diesem Kanal. Direkt nach der Pressekonferenz von Werder Bremen, wir beschäftigen uns mit dem Spiel am Sonntag Darmstadt gegen Werder und vor allen Dingen auch die Ausfälle bzw. die Aufstellung im Allgemeinen. Einzelne Spieler, über die ein bisschen was gesagt worden ist, zum Beispiel auch unsere Bremer Leihgabe Ehren-Dinchi, auch darüber möchte ich mit euch sprechen. Ihr hört, ich bin immer noch angeschlagen von der Corona-Erkrankung, aber zumindest ist der Schwindel erstmal weg und deswegen kann ich jetzt auch dieses Video aufnehmen. Letzten zwei Tage war es mehr oder weniger so, dass der Raum sich die ganze Zeit gedreht hat und ich auch vor allen Dingen zum Abend hin immer viel Fieber bekommen habe. Ich hoffe, dass es diesen Abend ausbleibt und übermorgen wir uns dann auch im Stream sehen. Das erstmal vorweg, ihr könnt sehr, sehr gerne diesen Kanal unterstützen. Mit einem Däumchen nach oben, gerne auch ein Abo dalassen. Falls ihr noch kein Mitglied seid, könnt ihr auch das gerne nachholen und dann fangen wir erstmal direkt an. Ole Werder hat über einige Spieler was gesagt, vor allen Dingen über einen. Das ist nämlich sehr, sehr bitter. Niklas Stark fällt aus gegen Darmstadt. Unser, ja, zuletzt sogar Kapitän, unser Abwehrboss, auch wenn er das selber nicht gerne über sich hört, aber es ist irgendwo de facto so. Nicht nur, dass er zuletzt Kapitän war, sondern er hat auch am ehesten so irgendwie diese Boss-Aucher in der Kette hinten. Geht da auch voran mit. Und jetzt ist es halt eben so, dass er erstmal ausfällt. Eine gute Nachricht gibt es zumindest, aber es soll wohl kein längerer Ausfall sein, sondern nur jetzt gegen Darmstadt. Das ist zumindest erstmal eine gute Sache, eine leichte Entwarnung. Aber jetzt gegen Darmstadt fällt er definitiv aus. Das heißt, es wird mindestens eine Änderung in der Startelf geben. Das steht schon mal fest. Wir machen jetzt erstmal Personalie für Personalie. Die wir hier durchgehen, gehen dann jetzt gleich auch weiter zu Marco Friedel. Vorher möchte ich aber allerdings noch eine Sache sagen. Und zwar habe ich ja das Interview mit Ailton aufgenommen. Da haben wir auch über die aktuellen Werder-Themen gesprochen. Könnt ihr gerne noch abchecken, war das letzte Video hier auf dem Kanal. Und ja, da haben wir auch über einige Punkte gesprochen gehabt, die sehr interessant sind. Könnt ihr euch sehr, sehr gerne reinziehen. Würde mich freuen. Und wir machen dann weiter mit Marco Friedel. Denn auch dieser Spieler hier, unser eigentlicher Kapitän, steht auf der Kippe. Es steht nicht fest, dass Marco Friedel am Sonntag spielen wird. Das wird man erst morgen sehen. Und diese, ich sag mal, Wackler-Kandidaten, davon haben wir noch ein paar. Unter anderem, wie gesagt, Marco Friedel, der auf der Kippe steht, wo man noch nicht weiß, ist der am Sonntag zur Verfügung oder nicht. Sollte Marco Friedel auch ausfallen, dann haben wir natürlich wirklich ein großes Problem. Weil wir, also Friedel und stark weg, dann spielt eigentlich nur Veljkovic als gelernter Innenverteidiger. Hinten drinne und zwei improvisierte Lösungen so oder so. Selbst wenn man jung in die Innenverteidigung zieht, der hat halt immer die letzten Jahre jetzt Schiene gespielt und wäre dann von Anfang an der Startelf in der Bundesliga, linker Innenverteidiger. Wäre auch auf jeden Fall eine Veränderung. Aber Friedel, wie gesagt, steht auf der Kippe. Muss man abwarten bis morgen, ob er da bereitsteht. Genauso wie auch Nabi Keita. Der ist nämlich krank. Erkältung geht ja rum. Kriegen wir ja alle mit. Und bei ihm ist es halt so, dass er aktuell wohl, also das Wort ist jetzt erstmal gesagt, er ist krank. Man kann jetzt von der Erkältung ausgehen, weil man offengelassen hat, wenn er morgen auf dem Platz steht, dann ist er auch, oder dann wäre er auch ein Kaderkandidat. Wenn er schlimm krank wäre, gehe ich schon schwer davon aus, dass man auch gesagt hätte, okay, das wird unmöglich sein, dass der morgen auf dem Platz steht. Es ist vielleicht eine leichte Erkältung. Hat er heute verpasst. Vielleicht ist er morgen schon wieder fitter und ist dann dabei. Wir werden es sehen. Ich bin selber sehr gespannt. Ich drücke da auf jeden Fall fest die Daumen. Es wäre natürlich wirklich sehr, sehr wichtig, eigentlich auch für Keita selber jetzt diesen Rhythmus zu finden. Hier in Darmstadt schon wesentlich mehr Spielzeit zu bekommen. Ole Werner hat übrigens auch nicht ausgeschlossen, dass er hätte auch Startelfkandidat sein können. Hat aber auch angemerkt, dass das nicht vorgesehen ist. Also das erstmal vorgesehen ist, ihn stetig mehr zu bringen. Aber ich glaube, und da sind wir uns glaube ich auch alle einig, wenn Keita in seinem Rhythmus erstmal richtig drin ist, dann dauert das nicht lange, bis er in der Startelf ist. Jetzt hoffen wir erstmal und drücken die Daumen, dass er für Sonntag dann eben auch bereit ist und dann eben auch ein Startelfkandidat, so wie es dann hoffentlich auch sein müsste. Für den Fall der Fälle in der Innenverteidigung, das heißt, falls Friedel unstark ausfallen, hat Ole Werner mehrere Kandidaten genannt. Als allererst hat er Christian Groß genannt. Hat mich nicht so gewundert. Grosso könnte im Allgemeinen in der Innenverteidigung stehen. Das hat er damals sogar ganz gut gemacht, muss man sagen. Und jetzt kommt das Lustige daran. In der Innenverteidigung hat er es gegen Darmstadt auch vor allen Dingen mal richtig gut gemacht. In der zweiten Liga. Damals war ich sogar in Bremen, ganz gut begrüßt zu gehen raus, an Florian, mit dem ich damals im Stadion war. Und damals ist Toprak ausgefallen und Christian Groß hat in der Innenverteidigung gespielt und hat da wahrscheinlich eins seiner besten Werder-Spiele gemacht. Also das wäre durchaus vorstellbar, dass Christian Groß dort spielt. Auch Nikolai Rapp wurde genannt. Bei ihm wurde auch allgemein ein paar Fragen auch noch gestellt für seine Option, die er aktuell so im Kader ist, aber damit zufrieden ist und so. Also ja, ich glaube, dass wir uns in einer Sache alle einig sind, menschlich ist Rappo ein ganz, ganz toller Typ. Und ich glaube auch, dass er sich dann, wenn du ihn brauchst, immer zu 100 Prozent reinschmeißen würde. Ich glaube, ihm wird aber eine Sache auch brutal zum Verhängnis. Er kann halt eben auf vielen Positionen spielen, ist aber auf keiner dieser Positionen gerade ein Startelf-Faktor. Auf der Sechs haben wir uns neu versteckt mit Zenne, der dort erstmal gesetzt sein wird. Auf der Achterposition wird sehr schwer, weil jemanden, der dann auch nach hinten arbeitet, also in diesem Defensive-Flavor, weil du kannst ja nicht Nikolai Rapp als Kreativspieler bringen, dann wäre es eher ein Defensive-Part, wäre es Stay dann seine Konkurrenz, eventuell dann sogar auch noch Cater. Und dann würde eigentlich nur Innenverteidigung bleiben. Da wiederum hat er ja gute Chancen auch in die Startelf zu rücken. Man sieht es ja jetzt ja auch gerade, da reicht mal eine Verletzung, vielleicht auch eine Gelbsperre mal mit dabei, was in der Innenverteidigung jetzt auch nicht so unüblich ist. Und dann könnte er darüber Einsätze bekommen. Sonst wird es aktuell wahrscheinlich eben sehr schwer für ihn. Und auch bei Anthony Jung, auch er wurde genannt als Innenverteidiger-Kandidat. Das, wie gesagt, würde sogar Sinn machen. Er ist ja sogar gelernter linker Innenverteidiger mal gewesen. Hat nur die letzten Jahre halt eben Schiene gespielt. Aber ihr seht es auch hier, Innenverteidiger, hat er auch einige Spiele gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man das hier noch so sieht in der Innenverteidigung, wie viele Spiele er gemacht hat. Schauen wir mal gerade. Nee, leider nicht. Sonst ist es ja eigentlich immer so, dass du dann hier auch noch siehst, wie viele Spiele er als Innenverteidiger gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er da auch einige Spiele gemacht gehabt. Und das ist, glaube ich, erstmal so, dass erstmal die Kandidatenliste für eben den Fall der Fälle, falls in der Innenverteidigung mehrere Spieler jetzt noch ausfallen sollten. Stark, wie gesagt, fällt ja definitiv aus. Also da muss man so oder so ein Stück weit die Aufstellung gleich verändern. Da müssen wir dann auch gleich mal drauf schauen. Aber zunächst gehen wir ja auch auf einen nächsten Kandidaten, über den auch gesprochen worden ist. Und zwar Justin Jinmar. Auch da wurde gefragt, aufgrund eben seiner überragenden Leistung zuletzt, ob es auch vorstellbar ist, ihn auch mal in die Startelf zu tun. Ich finde, dass das so von Werder klang, dass man es auch nicht ausschließt. Aber es klang auch schon so eher nach dem Motto, dass man sehr zufrieden ist mit der Entwicklung. Er sagt ja auch häufig diese, eigentlich zu allen Spielern, wenn du da genauere Fragen zu stellst oder auch Spieler, die irgendwie nicht spielen, dann kommt meistens auch dieses, aber auch er hat seine Bausteine, wo er noch arbeiten muss. Das hören wir immer, aber genau oder dieses genaue, warum wer jetzt nicht spielt oder wer eventuell auch spielt, das hören wir halt aktuell eher dann nicht als genaue Begründung. So und das ist halt einfach das Thema, sodass bei Justin Jinmar jetzt man nicht genau gehört hat, warum ist er jetzt zum Beispiel noch kein Startelf-Kandidat. Es wäre natürlich jetzt die mega Überraschung, wenn er dann doch gegen Darmstadt auf einmal in der Startelf steht. Ich glaube einfach, dass da auch bei Werder so ein bisschen die Situation ist, wie damals auch bei Berg, dass er ihn einfach gerne als Joker bringt, vor allen Dingen, weil er halt als Joker total funktioniert. Zwei Tore, eine Vorlage, in drei Einsätzen, drei Scorer, das ist natürlich ein super Wert. Aber auch bei Justin wird der Anspruch sein, in die Startelf zu müssen. Und aufgrund seiner Leistung hätte er das natürlich auch mal verdient, also auch mal von Anfang an zu spielen. Und da drücken wir natürlich auch die Daumen, dass das am Ende dann auch mal funktioniert. Ein Spieler, der aktuell auch sehr im Rampenlicht steht, ist Romano Schmid. Da muss ich sagen, hat eine tolle Entwicklung gemacht. Die letzten Spiele macht er wirklich sehr, sehr starke Spiele. Im letzten Spiel habe ich ja schon auch in meiner Analyse da gesagt gehabt, dass ich persönlich fand, in der ersten Halbzeit fand ich ihn gar nicht mal so krass. In der ersten Halbzeit hat er ja auch einige Fehlpässe drin gehabt, hat er danach ja auch selber mal bestätigt gehabt, dass er da eben den ein oder anderen Fehlpass auch drin hatte. Wie gesagt, gerade in der ersten Halbzeit. Seit zweiter Halbzeit fand ich aber, hat er nochmal deutlich aufgedreht und auch sehr spannend war zu sehen, als von Werner so von außen so ein bisschen auf Raute gezeigt worden ist. Also im Prinzip auf eine Doppelsechs und einem Zehner und davor wieder zwei Stürmern in unserer Formation. Da war Romano Schmid, ging der auch nochmal mehr auf, so als freier Spieler vor einer Doppelsechs. Da ging er wirklich mehr auf, das war dann wieder mehr so diese Zehner-Rolle, hat mir gut gefallen. Ich finde allgemein, dass er eine gute Entwicklung macht. Bin auch gespannt, wie er sich dann weitermacht. Vor allen Dingen, wenn dann eben Cater doch mal komplett fit ist, weil ich schon noch glaube, dass Cater dann in die Startelf kommen wird. Und ich glaube auch für Romano Schmid, weil man eben nicht eigentlich rein theoretisch aus dem Mitte fällt. Und im Sturm hat man so viele Optionen aktuell, dass man eigentlich, vor allem wenn man bedenkt, dass man in der Innenverteidigung eigentlich wenig Optionen hat, dass man vielleicht doch eine Viererkette nochmal installieren sollte. Ich weiß nicht, inwieweit Ole Werner darüber nachdenkt, aber das wäre natürlich auch eine Option. Zumindest ganz rein hypothetisch gesehen. So, dann gehen wir auf Ehren Dinchy, denn auch da, ich glaube der SWR macht einen Film über ihn. Fünf Spiele, vier Tore, super Quote bei Heidenheim, tolle Entwicklung. Der wird auf jeden Fall sein Marktwert steigern. Ich habe ja mal, ich glaube vor zwei Wochen oder so, in dem Talk bei Naif, unserem Bundesliga-Kanal gesagt mit Felicio, dass ich glaube, dass der auf fünf Millionen plus kommen wird. Da haben auch ein paar Leute gesagt, der glaube ich nicht und so. Ich glaube, ich bleibe dabei. Fünf Millionen plus wird Dinchy am Ende der Saison wert sein. Hat Fritz gesagt, man freut sich dann auch auf ihn nächste Saison. Da muss ich so ein bisschen ein Fragezeichen machen, weil auch die Begründung vorher, wenn man überlegt, warum denn Dinchy bei uns nicht funktioniert hat oder auch bei uns nicht so gespielt hat, waren ja auch oftmals, auch von Ole Werner, dass wir seine Position nicht im Kader haben. Und mal ehrlich, wir haben die Position auch immer noch nicht. Das heißt, es ist im Sommer nicht angedacht, auf einmal mit Flügelspielern zu spielen. Wird Dinchy es wahrscheinlich auch wieder schwer haben. Und vor allen Dingen ist da dann wirklich die Frage, inwieweit traut man es ihm dann zu, in einer Doppelspitze zum Beispiel auch diese Leistung zu zeigen. Ich persönlich finde, wenn er über die Außenbahn kommt, finde ich ihn am gefährlichsten und auch am aktivsten. Ich finde, er hat ein super Grundtempo. Das hat er auch schon immer. Er hatte auch immer wieder so kleinere Verletzungen gehabt, was ihn zurückgehofft hat, was sehr schade war. Aber, dass jetzt ein Durchbruch da so gelingt, ist doch einfach nur toll. Und als Werder-Fan freuen wir uns alle darüber. Ich glaube allerdings, wie gesagt, wirklich, dass wenn im Sommer Angebote für ihn da sind und er auf dem Flügel spielen kann, auch er sich das überlegen wird. Und ich glaube, dass es auch clever wäre, eher zu einem Verein zu gehen, der auch auf Flügelspieler setzt, weil er einfach auf dem Flügel die besten Spiele bis jetzt auch gemacht hat. Das muss man so sagen. Auch wenn man, ja, vielleicht ist es ja auch so, bei Heidenheim wird man vielleicht irgendwann ihn auch mal im Sturm spielen und dann werden wir ihn auch da mal sehen können. Aber prinzipiell ist es so, dass wir, ich glaube, sagen können, er ist halt eigentlich eher der Flügelspieler. Und ja, bei uns im Sturm sind halt auch jetzt gerade aktuell fünf Leute unterwegs. Da muss ich übrigens auch sagen, da hatte einer in die Kommentare auch geschrieben gehabt, weil ich letzte Saison, wo wir vier Stürmer hatten, das war noch bevor wir Philipp ausgeliehen hatten, hatte ich mal angemerkt gehabt, dass wir da ein bisschen zu dünn aufgestellt sind, wenn man eben wechselt, beziehungsweise bei Dux, Füllkrug und dahinter hatte man dann nur Dinchy und Bürg, dass das zu dünn war. Und jetzt bei fünf Spielern sage ich, dass wir eigentlich zu viele Optionen haben. Ich habe da ja schon mal erklärt gehabt, es ist prinzipiell so, dass du in der Jetzt-Formation mit fünf Stürmern, alle fünf würde ich aktuell die Startelf mir vorstellen, vorstellen können und es auch gönnen und denke auch, dass man diese irgendwie in die Startelf integrieren könnte. Letzte Saison war es so, dass Dinchy Woche für Woche angeschlagen war, immer wieder ausgefallen ist. Das heißt, war eigentlich gar nicht wirklich zur Verfügung. Und Oliver Bürg hatte dann irgendwann halt eben auch diesen Leistungseinbruch, wurde dann ausgeliehen und dann war nur Philipp da. Das heißt, du hast dann auch wirklich wieder auf Philipp da nur gesetzt und von der Bank hattest du eben keine Option. Meistens nur eine Option. Also sobald einer Flats war, hattest du nur eine Option. Jetzt sage ich aber, wenn du eben, sagen wir mal, mit Dux und Pouret vorne drin spielst und beide Stürmer auswechselst und bringst zum Beispiel dann Jimma und Woltemade, wo ist dann Kownazki? So, er ist dann völlig außen vor. Und da sage ich einfach nur nicht, dass es maßlos zu viel ist, sondern dass es ja auch ein gewisser Luxus ist, weil es eben die Option gibt, vielleicht mit Hängnerspitze auch noch zu spielen. Das heißt, mit drei Stürmern, aber nicht in dieser komischen Formation, die ich ja von Anfang an kritisiert habe, vor der Saison mit diesem Dreieroffensive, sondern eben mit einer hängenden Spitze und zwei Stürmern vorne drin. Wo nimmst du jetzt am besten diese Position weg? Im Idealfall hinten in der Innenverteidigung und steckst dann eben da in die Mittelfeld hin, dass du auf die Viererkette gehst. Und da kann ich aber auch verstehen, dass manche sich Sorgen machen wegen den Außerteidigern, auch wenn es da genügend Beispiele für gibt, wie Mannschaften auch mit Viererkette, mit offensiven Außerteidigern spielen, indem der Sechser sich dann eben in den Zwischenraum fallen lässt und dann hast du defensiv trotzdem eine Dreierkette. Aber da verstehe ich grundsätzlich schon die Angst oder die Sorge, die man hat. Es gibt natürlich auch andere Alternativen, die du spielen kannst. Wir haben ja gerade ein Dreier-Mittelfeld, in dem du eben einen Doppelsechster rausmachst und dann eben eine hängende Spitze. Auch das ist möglich. Ich glaube, diesen Luxus haben wir einfach aktuell gerade und darüber kann man sich dann auch mal Gedanken machen. Sagen wir mal so, jetzt schauen wir mal auf Darmstadt gerade. Und da sehen wir erst mal, dass letztlich wieder Darmstadt verloren, 3 zu 1 gegen Stuttgart. Hätte wesentlich höher auch noch ausfallen können. Stuttgart vor allen Dingen am Ende, auch Underf hatte da allein eine Doppelchancenummer gehabt. Aber Stuttgart ist halt auch irgendwo gerade so ein Stück weit die Mannschaft der Stunde. Mit Leverkusen vielleicht zusammen sind die einfach auch top drauf. Das war die Aufstellung gegen Stuttgart. Mehlem, der Kapitän der Darmstädter, ist für mich somit der stärkste Spieler auch von den Darmstädtern. Ist gar nicht der Kapitän. Kapitän ist Holland, sehe ich gerade. Aber Mehlem ist trotzdessen der Spieler, den ich auch gerade meinte. Für mich persönlich ein sehr, sehr starker Spieler. Ist für mich allgemein eine sehr, sehr krasse Kämpfertruppe. Thorsten Lieberknecht als Trainer, 32 Millionen Marktwert haben sie aktuell. Wenn wir mal gucken, im Bundesligaschnitt ist das der vorletzte Platz. Also nur Heidenein hatte weniger. Aber was daraus geworden ist, das haben wir ja eben auch gesehen. Also dass man sich davon nicht täuschen lassen darf, ist glaube ich auch klar. Darmstadt hat aktuell eben nur einen Punkt in der Bundesliga. Und ich glaube, das ist halt eben auch, ja ich sag mal ein Stück weit, dann das Problem. Darmstadt braucht eben jetzt Punkte. Sind auf Tabellenplatz 17 derzeit. Und da kommt natürlich jetzt Werder mit gerade einem Sieg. Ist natürlich so ein bisschen dann die Frage, was rechnen sich die Darmstädter auch aus. Aber du musst natürlich dann auch gucken, was ist dann in den nächsten Wochen drin. Und gegen wen hast du bis jetzt gespielt. Und wenn wir uns das mal so angucken bei Darmstadt, dann sehen wir hier auch relativ schnell, man hat jetzt eben 3-1 gegen Stuttgart verloren. Davor 3-3 gegen Gladbach, die man noch gar nicht einschätzen kann. Davor war Leverkusen da. Die musst du einfach aktuell auch rausnehmen. Leverkusen ist eine Mannschaft für sich. Dann gegen Union Berlin, das war halt, ja ist halt auch eine sehr undankbare Aufgabe. Und am ersten Spieltag 1-0 gegen Frankfurt verloren. Wo du dann auch sagst, ey, da war vielleicht sogar mehr drinne für Darmstadt. Also alles in allem ist das noch gar nicht so verkehrt, sag ich mal. Auch wenn die Punkteausbeute nicht stimmt. Aber dann sind jetzt die Partien gegen Bremen und Augsburg, glaube ich, schon Spiele, wo Darmstadt sagt, da könnte mal eher was gehen, wenn man danach guckt, dass danach gegen Leipzig und Bayern geht. Also das auch mal hierzu gesagt. Ich, wie gesagt, habe gar nichts drin, Darmstadt-Darmstadt für mich eine Kämpfer-Truppe. Bin sehr gespannt, wie die auch abschneiden werden. Bin teilweise auch positiv überrascht von ihrem Auftreten. Hoffe natürlich jetzt am Sonntag aber auf ein sehr gutes Auftreten von uns. Und da machen wir jetzt auch mal die Aufstellung zu. Und dann gibt es auch natürlich noch meinen Tipp zum Spiel. Jetzt erst mal Pavlenka im Tor. Stark fällt er eben aus. Das heißt, es gibt auf jeden Fall so oder so einen Umbau. Und den nehmen wir jetzt schon mal vor. Veljkovic wird in die Innenverteidigung rücken. Pipa bleibt rechts gesetzt. Für mich macht es einfach Sinn, Pipa auf der Position zu lassen, wo er jetzt auch eingespielt ist. Wo er die ganze Zeit spielt. Und nicht eben jetzt Veljkovic zu tauschen mit Pipa in der Mitte. Und dann eben in der linken Innenverteidigung gehen wir aktuell von Marco Friedl aus. Solange wir morgen nicht hören, dass er ausfällt, wird er da jetzt ja auch erst mal spielen. Sonst wäre ihm diese Aufstellung hier jung. Also das auch schon mal so als vorweg. Falls Friedl ausfällt, würde ich hier Jung hinstellen. Traue ihm das absolut zu. Bin sehr gespannt oder wäre sehr gespannt, was er auch für einen Auftritt macht. Aber ich glaube, dass man mit Jung hier sich wenig Sorgen machen muss. Ich glaube, dass er die Aufgabe sehr gut annehmen würde. Dann gehe ich weiter mit Senne Linnen auf der 6. Für mich nach dem letzten Spiel wäre alles andere unerklärlich, wenn der nicht in der Startelf steht. Macht gar keinen Sinn. Und eigentlich stellt sich so das Mittelfeld, finde ich persönlich, gerade von alleine auf. Stey und auch Romano Schmid sind eben gesetzt. Solange Cater noch nicht bei 100% sind, sonst wird es eben da eine Änderung wahrscheinlich dann geben. Aber dieses Dreier-Mittelfeld wird jetzt erst mal gerade bespielt. So muss es eigentlich laufen. Ebenso links Demann, der halt auch einfach wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht hat. Den jetzt wieder rauszutun, wäre völlig verrückt. Vor allen Dingen, wenn du Jung eventuell sogar als Innenverteidiger oder auch als Innenverteidiger Option von der Bank brauchst, ist Demann absolut der Spieler, den du da brauchst. Vor allen Dingen auch, wenn du überlegst, dass Darmstadt eben auch mit Fünferkette spielt und die Außen da sehr, sehr viel auch bespielt werden. Also wenn du dann mal guckst, mit diesen Schienenspielern macht es eben auch Sinn, wenn du läuferisch Spieler hast, die da hoch und runter mitgehen können. Ich glaube, dass Demann in einer Sache ja absolut seine Stärke schon gezeigt hat. Und zwar, er ist ein sehr lauffreudiger Spieler. Also er geht die Schiene hoch und runter. Eigentlich das, was ich mir auch sehr lange gewünscht habe. Jemand, der die Schiene wirklich beackert. Hoch und runter, hoch und runter. Und das freut mich persönlich auch wirklich sehr. Ja, dann weise er hier auf die rechte Seite. Brauche ich nicht viel zu sagen. Unser absoluter Kreativpunkt. Dreh- und Angelpunktspieler. Und dann kommt es eben darauf an. Wie gehst du jetzt im Sturm weiter? Ihr wüsst es, ich würde es mir wünschen, wenn auch ein Jimmer mal eine Chance in der Startelf bekommen würde. Allerdings glaube ich das nicht gegen Darmstadt. Ich glaube, dass man ihn dort wieder als Joker reinbringen wird. Auch wenn ich mir wünschen würde, ich glaube, für einen Jimmer eben spielt Raphael Bore. Der das technisch auch schon wirklich sehr, sehr gut gemacht hat, muss man sagen. Schönes Tor auch. Und trotz seiner Eins, ich glaube 74, hält er die Bälle echt ganz gut. Also er kann da auch Bälle festmachen und auch dann eben seine Mitspieler wieder bespielen. Ist auch gut in der, ich sag mal, in diesen mitspielenden Aktionen, wo du dann auch mal einen Doppelpass spielen musst und so. Da ist er dann auch bereit, lässt er auch klatschen. Merkst du einfach seine Qualitäten am Ball. Also das macht er schon wirklich sehr, sehr gut. Und neben ihm als Sturmpartner Marvin Duchsch, der, und da will ich ihn jetzt auch wirklich mal loben, wir hatten ihn auch das eine oder andere Mal jetzt kritisiert gehabt. Und ich glaube, es gab auch ein paar Spiele, wo man ihn hätte wirklich kritisieren können. Und auch letztens, also nicht jetzt gegen Darmstadt, sondern davor die Woche, nach seinem Elfmeter war er dann auch wieder unsichtbar. Und den hat er ja eigentlich sogar auch noch verschossen gehabt. Aber jetzt gegen, äh, Quatsch, letzte Woche im Spiel, da fand ich wirklich gegen Köln, fand ich wirklich, Ducsch richtig, richtig gut. Und vor allen Dingen sehr auffällig, dass er sich immer wieder fallen hat lassen und dann Bälle in die Tiefe gespielt hat. Das hat mir sehr gut gefallen. Das ist auch eben so eigentlich diese hängende Spitze, die ich oftmals mit Ducsch in Verbindung gebracht habe. Er ist halt eben eigentlich nicht der Stürmertyp der Endstation-Spieler, sondern eher der vorletzte Spieler. Und da gefällt er mir wirklich sehr, sehr gut. Hat viele spieleröffnende Bälle gespielt. Hat sich gut bewegt im Raum. Im Abschluss selber einmal ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, wo ein Jimmer auch den Ball von außen reingespielt hat. Schade eigentlich. Aber ich finde, das hat er technisch auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und hat auch gut mit Bore harmoniert. Also ich glaube, dass das die Doppelspitze sein wird. Und wenn ein Jimmer eben eine Chance bekommt auf die Startelf, dann eher für Bore. Nee, weil eben Ducsch da, glaube ich, aufgrund dieser Qualitäten auch als Hängenspitze mitzuagieren, der bessere Zuspieler ist. Oder, und das ist ja auch das, was Ailton mal gesagt hat, wenn du Ducsch eben hierhin ziehst, dann musst du eben entweder einen aus dem Mittelfeld oder einen aus der Innenverteidigung rausziehen und dann mit dem Jimmer, Bore und Ducsch spielen. Das ist natürlich auch möglich. Ich wollte da eigentlich auch nochmal sagen, zu dem Interview mit Ailton, wo er das zum Beispiel auch gesagt hat, gab es ja auch eine Stelle, wo über Europa geredet worden ist. Und da gab es halt auch ein, zwei Leute, die einfach nur Europa gelesen haben und direkt reingeschrieben haben, nach einem Sieg jetzt über Europa zu reden, völlig lächerlich und völlig utopisch und bla, bla, bla. Das ist manchmal sehr, sehr schade, weil mir das oft aufgefallen ist, wie sehr direkt auf einen Titel, Ailton, nicht nur bei mir, sondern allgemein in der Fußballszene, sage ich mal, direkt drauf losgeschrieben wird. Ailton hatte das super erklärt. Also nur mal kurz für euch so als Erklärung, was hat eigentlich Ailton zu Europa gesagt? Ailton hat gesagt, wenn du dir immer wieder nur sagst, du bist mit dem Klassenerhalt zufrieden und Klassenerhalt ist das Ziel, kommst du nicht von der Stelle. Und damals war es eben so, 2004, als bei Ailton, damals in der Saison 2004, aus Ailton's Erfahrungen, dass da die ganze Mannschaft in der Kabine gesagt hat, wir wollen was Großes schaffen, wir wollen mehr. Und da waren halt eben auch die spielerischen Ambitionen höher und dadurch auch die Ambitionen des Vereins höher. Damals haben auch viele gesagt, das wird nichts bei Werder. Und am Ende ist man Dubelsieger geworden. So, das ist jetzt auch kein 1-zu-1-Vergleich. Das hat Ailton auch gesagt gehabt, dass das nicht genau das Gleiche jetzt ist, sondern einfach nur, dass man die Ziele auch höher stecken kann. Stück für Stück. Und dann, warum sollte nicht auch Europa mal wieder für Werder drin sein? Er hält auf jeden Fall die Mannschaft qualitativ höher als nur Klassenerhalt. Das war eigentlich die Aussage. So, und ich bin da vollkommen bei ihm, dass wenn du dir immer nur sagst, Klassenerhalt, Klassenerhalt, baust du dir selber eben Ausreden. Auch das hat er übrigens gesagt, du hast dann selber eben direkt eine Entschuldigung. Das ist wie damals, als wir abgestiegen sind und man nicht Wiederaufstieg sagen wollte, sondern immer wieder Wiederaufbau. Damit hast du den Spielern auch eine Gelegenheit gegeben, sich dadurch rauszureden oder eine Entschuldigung gegeben für die Spiele, die du eben verlierst. Ja, wir sind ja im Wiederaufbau und vom Wiederaufstieg wollte keiner was wissen. So, das mal kurz dazu als Erklärung. Deswegen bitte ich euch da auch immer drum, nicht nur bei mir, bei allen anderen, wo ihr das auch guckt, und wenn euch da ein Thema interessiert und ihr ja wirklich was dazu zu sagen habt, dann schaut euch erstmal das Video komplett an und dann wisst ihr ja auch die Meinung von den jeweiligen Leuten und könnt die dann ja auch drunter schreiben. So, und jetzt könnt ihr sehr gerne, wie gesagt, noch ein Däumchen nach oben da lassen, eure Aufstellung unten reinschreiben. Mein Tipp gegen Darmstadt ist 3 zu 1 Werder. Ich glaube, wir ziehen das Ding und wünsche mir, dass wir am Sonntag alle zusammen hier sitzen können und dieses Spiel zusammen sehen können und ja, hau mich jetzt wieder hin. Kurier weiter mein Corona aus. Hoffe, dass ihr gesund bleibt. Ich bin raus, euer Nico und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.